Das ist auch für mich eine große Überraschung, dass ich zum Sportler als Jahresgewählt worden bin. Und alle ein großes Dankeschön, die dazu beigetragen haben. Ja, mit so einer Performance beim Fiji Gogan hätte ich mir wirklich nicht erwartet, dass das reicht, bei diesen klasse Leistungen, die in Österreich erbracht werden. Ich hoffe auch, dass wir mit der Mannschaft nominiert werden, das würde mir noch mehr bedeuten als diese Einzelauszeichnung, aber trotzdem nochmal Danke an alle.